Das ist jetzt nicht ganz so kalt. Und hier ist noch Öl. Meins! Ich bin überladen. So, äh... Inventar, die ganzen Steine rausschmeißen. Äh, aah, 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 aah. Was ist mit den Kristallen? Äh, die haben wir genug und die sind sehr schwer. Außerdem finden wir die auf der Insel bei uns genauso. Mhm. So, ähm, effektiv... ...können wir weiter. Wie viel Öl haben wir? Ich hab... Also, ich habe... Ähm... ...sieben... Ich hab fast 700, äh, Öl. Wieder zurück, oder? Wie viel habt ihr? Nee. Ja, guck doch mal. Also, ich hab... Ich hab keine... Ich hatte erst mal das Lagerfeuer aufgemacht. Okay. Ja. Äh... Ein Tierchen. Äh, soll ich das in den Vogel packen, oder? Ja. In den Vogel reinschmeißen. In meinem Inventar habe ich jetzt noch 100, weil du das nicht mal reinpasst. Aber jetzt habe ich einen Vogel reingeschmissen. Ja, alles, alles in den Vogel. Alles an Öl mit dem Vogel. Und stell dich erst mal ans Feuer mit, damit dir es nicht scheißen kalt ist. Äh, was war das? Ich war's. Achso. Mhm. So. Äh, ja. Okay, ähm... Feuer müssen wir jetzt wieder wegmachen. Mhm. So. So. Oh. Inventar. Okay. So. Nimmst du das Holz? Ja, ja. Okay, komm. Lass uns mal ein bisschen wärmere Regionen schlägen. Den Drachen hoffentlich nicht anfassen. Ähm... Ich bin hier oben. Oh, oh. Ja, ja, ich auch. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin hier oben. Oh, nee. Nenn. Nett. Okay, ich, ich, also ich bin wieder drauf. Okay, warte. Warte, warte, nee, warte. Da, ich, da, ich, da, ich, das, das, ich, da, ich, das, da, ich, da, ich, da kann nicht landen. so okay ich bin ja angst ich glaube ich glaube ich nach vorne gegangen welcher ja das kenne ich so wie gesagt erst mal kurz in einen wärmeren bereich im schnell rein und hier drüben siehst du übrigens warum die insel the center heißt das sieht doch mal das sieht doch mal geil aus oder in der tat geil ja sehr cool aber ich finde das spiel an sich halt auch mal so bedenkt ja vor allem du kannst es ja mit mod so erweitern wie du willst naja so in gewissen maßen alles klar wenn ich halt so bedenke dass man früher halt spiele wie pacman und tetris hatte das jetzt von den grafik ja überhaupt gar keinen anspruch hatte und jetzt wird man ja das ist einfach schon geil und weiß ich nicht die leute sind heutzutage voll verwöhnt damit wollte es mal gut erledigen ja aber erst mal bitte in ein wärmeres gewässer weil ich gehe hier fast drauf müsste jetzt ja jetzt sieht es besser aus ich erhol mich schon wieder die kacke fliegt ja ich hab gerade geschissen so ok ja das mammut sieht nett aus aber da unten ist der drache drache ist direkt unter uns ich würde den drachen gerne mitnehmen ja aber da ist bloß leider nicht heben eben das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht nein er ist bloß eben hier er ist so weit nicht so weit aber läuft äh das andere in scotched earth nee da hast du das survival erwornt und dann noch hier also hast du jetzt spielen und dann noch das andere von auch ja ich glaube ich weiß was du meinst okay es ist so weit auf die fettest so guckt mal ob ihr hier was er ist ein reino das könnte ich eigentlich relativ fahrlos schießen ja dort sind auch betteste leber zug hüte nun wo auch los steigt drin ist ein anken um steigt man noch das kräuter das berechni abstellen für der woich das sind zwei bett ist selber ein bisschen legen lasst uns mal hier mal ein bisschen eingreifen game bitte nicht abgestürzt ja mein spiel okay passend gerade also der ankel der hat gerade gut ausgeteilt das spiel hängt bei dir ja das das hört sich nicht gut an das hört sich überhaupt nicht gut an nein weil auch hier bleibt man am besten so stehen ja es passiert wieder was und die sind unter uns oder weniger sind direkt unter uns ja könnte auch und das haus ist im wasser okay müssen eben doch einen anreiz geben weiterzumachen schießt sie ab ich bin ja dabei wenn ich nicht so eine lex hätte dann wäre es echt einfacher auch irgendwo zu treffen naja leuchtet echt eklig okay da hilft jetzt gerade ein heim mit okay und noch ein heim das großes fressen da unten okay ein wolf hat sich erledigt müssen weiter fliegen bitte komm mal besser hier ne das passt schon der andere ist auch platt es ist jetzt nur noch einer da ne es ist keiner mehr da doch da ist noch einer jetzt ist er weg okay ich auch den roten der rot rot heißt ganz gutes gut ganz gutes gut ist aber leidung heute ja der kommt erst mal runter ja das problem ist was ist denn das da bleibt man da stehen äh ernsthaft so rino hast du noch steine oder so in der offensweise steine warum soll ich steine haben damit ich ein lagerfeuer kräften kann äh ich habe meine steine rausgeworfen weil du nämlich hier weil es nämlich arschkalt wird ich weiß so jetzt guck mal wegen ob der drache irgendwo ist äh es sieht erst mal nicht danach aus es sieht erst mal nicht danach aus als wenn hier der drache wäre aber steigen können wir mal eben schnell hier abbauen aber was ist denn das da ach da sind Wölfe hi hm da sind nur Wölfe äh lass uns die mal erlegen mhm mh 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 q mh 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 äh mh Als es nämlich scheißkalt ist. Hm, ich weiß. Mann! Na? Komm. So, der nächste Wolf, der draufgegangen ist. So. Komm. Ernsthaft. Ey, das darf doch nicht wahr sein. So, der blutet schon extrem. Wie viele Wölfe sind denn hier noch? So viele. Oh, ist das Wackeln? Ja, das Wackeln macht die Sache deutlich interessanter. So, dann holen wir uns mal hier. Ernsthaft. Äh. Ich werde hier gerade angegriffen. Von einem. Äh. Wolf. Wo bist du? Äh, ich bin, warte. Ich bin hinter dem Loot. Äh, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Okay, du hast mich. Viel Spaß. Äh, ja. So. Äh, und wir müssen jetzt als erstes... Bist du schon Level 90? Äh, nein. Äh, dann haben wir... Dann ist eh... Okay, weg hier. Weg. 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 Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Das ist nicht gut. Und du hast mich auf dem Felsen hier zurückgelassen. Ja, ja. Mhm. Ja, hier, komm. Geh drauf. Ja. So. Ach, fuck you. So, ähm... Bett. Ja, ich sammle deinen Leiche gleich auf. Okay. So, okay. Ich muss bloß diesen Scheiß... Wolf, jung. Nett. Wo ist denn ja schwindelig von? Uppsala. So, ähm... Ich bin unten am Bett gespawnt. Also unten an der Basis noch. Ah, so. Wo ist jetzt deine... Wo ist jetzt deine Tasche? Hier. Okay. Wie gesagt, ich hol mir jetzt Mücke und... Äh, komm mal im Charroir geflogen. Brauchst du nicht. Ne? Ich bin schon auf dem Rückweg. Okay. So, was ist doch scheiße. Ja, das war der Wolf, der dich noch angeguckt hatte. Ja. Der abgehauen wurde. Und dann... Ne, das war noch ein anderer Wolf. Weil den einen Wolf, den habe ich... Den habe ich ja noch erfolgreich erlegt. Das war noch ein anderer Wolf gewesen. So, okay. Shit. Okay. Passiert. Und der Fetis Ankylus ist hier besiegt worden. Okay. So. Herr Koppeltierchen, hältst du noch ein bisschen hier mal Ausschlag? Ja, ich glaube, dass der Drache... So hinter uns... So hinter uns. Äh. Aha. So hinter... Weiter weg. Er ist gerade wieder weg mit Flur. Okay, das ist gut. 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 Das ist wirklich gut, ja. Mhm. Das heißt, ich werde mich jetzt temporär erstmal hier mit Klamotten eben einlecken. Weil ich denke mal, ihr werdet noch ein bisschen brauchen. Ja. Vor allen Dingen, weil wir hier noch einen goldenen Drop haben. Ich wusste es. Das ist dir so egal, wie ich mich fühle, ne? Ja. Ja. Kommt doch noch von zwei Seiten. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Ihr habt mich eingeladen. Sorry. Ja, sorry, sagte er. Ja, sorry, sagte er. Nein, ich höre mich nicht ganz so schwören, wie du. Wat? Oh, mein Gott. Ähm. Ich bin beeindruckt, dass... Also, ihr wisst ja, Amazon hat ja jetzt auch eigene Versandzentren, ne? Mhm. Mhm. Und ich hab jetzt hier meine neue Tontechnik, ähm, hab ich mir bestellt. Und... Äh, ein Paket ist heute angekommen, mit dem Kommentar, äh, das ist von Amazon direkt geliefert worden. Ja. Das Paket wurde im Briefkasten hinterlegt. Hab ich mir gedacht. Okay. Hat was. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Was? Ich muss erstmal gerade was hier aus, ja, in hier, ne, die reinpacken. Okay. Okay. So, und mittlerweile ist der, ja, goldene Drop des Board. Okay. Lass mich raten, äh, meine Klamotten sind zu schwer für dich. Ja, sicher. War nur nur 300. Ja, und? Ja. Auf jeden Fall kann ich jetzt die, äh, Metallwaren hier alle rausholen, ohne mir Sorgen machen zu müssen, von wegen, äh, reicht der Platz. So, rein. Hm. Oh. Ich verhungere gerade? Vielleicht hast du es. Mhm. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, du bist schon was mit. Hm. Mein, na, mein, ah, okay. Ich hab mich verlesen. Ich war jetzt, äh, ich hab jetzt gedacht, ich mein Gewicht ist wieder auf 100 runter. Das wär aber richtig scheiße. Also Level 90 müssen wir für die roten sein, okay. Äh, ich bin Level 90. Aber auch gerade erst geworden. Ja, das wollte ich gerade aussocken. Wär sonst ein bisschen fäll gewesen. Bist du Level 90? Nö. Mhm. Ich bin übrigens Level 90. Mhm. Passiert. So. So. Blob. Äh. Okay. Lanze. Ich hätte gerne meine Lanze wieder. Äh. Ähm. Ähm. Anoake Poison Dart. Äh. Nett. Was brauche ich dafür? Äh. Okay. Äh. Zu viel. 100 Narkotiks. 100 Narkotiks. 10 Kristall. Seltene Blumen. Pilze. Zement. Beteilbaren und Schießpulver. Gut. Schießpulver. Klar. Aber. Äh. Für einen. Ja. Für einen. Ja. Es ist ein bisschen viel. So. Und. Die Anoake Wurt. Hahaha. Die hat relativ wenig Anforderungen. Ihr braucht 30 Polymer. Äh. 30 Zement. 15 Öl. Ja. Der Anoake Schrank ist das.